Und Moin, Willkommen zurück zu Psychonauts 2. Wir befinden uns im Gehirn des letzten Agent Crawler und ich glaube wir müssen jetzt auch wieder weiter runter springen hier. Wir erfahren jetzt warum und wieso alles so passiert ist mit der Lucy oder Luke Kriller oder Makro Kriller. So, wir können hier ein Upgrade machen. Können wir, ne? Hier mal, zack. So, da ist er da oben. Was macht einer denn die ganze Zeit? Na gut, wir haben jetzt hier nicht so viel und jetzt wieder raus. Jetzt in den nächsten, in den nächsten Abgrund. Da ist er. Okay. Okay. Was ist das? Er ist schon ein bisschen abgespaced, der Typ, ne? Wo war der? Ne, ne, nein, nicht wieder! Malikula. Nein, nein, nein nicht wieder! Achso, okay. Man kann hier ein bisschen dran rumlaufen. Der ist ja auch abgefahren. Huh! Wer ist das? Das sind deine Großvater, Laszlo und Morona. Sie sind in der Valermo-Damm-Zastung, weißt du? Was? Nein! Großvater Laszlo ist da weg, aber Großvater hat es rausgekommen und kam, um mit meinem Vater zu leben. Nein, Laszlo, sie hat sie nicht. Was? Oho. Er hat die ausgetauscht. Er hat die Großmutter mit Lucy ausgetauscht? Oh, das hat er gemacht. Wahrscheinlich. Mit Maligula? Sie wurde verletzt. Das ist es. Ich glaube, ich habe alles in diesem Gehirn geklappt. Ich habe sie zurück in den Gulch. Ich habe sie in der Astrobathe, eine von Arohreinigen Erinnerungen, erschaffen, um zu machen permanent alterations zu der Saki. Und ich habe sie benutzt, um zu isolieren und neutralisieren die Teil der Saki, das war... ... ... ... ... Ich brauche die Purs-Tag hier. Okay, also hat... Aber ich wusste, dass der Welt sie nie vergleichbar würde. Deshalb musste ich sie schlafen, damit wir sicher sind. Oh. Woher, Ford? Bei einer Familie, Raz. Oh, nein. Ich schlafe sie zwischen ihrer Familie, Rasputin. Zwischen deine Familie. Nein, nein, nein! Oh, oh. Oh, oh. Das ist ab zu spät. Musik spielt. Lass mich gehen! Hör, Raz. Ich weiß, du bist verrückt. Meine Großmutter hat meine Großmutter. Und du hast uns seit 20 Jahren als Babysitter gemacht? Sie sind seit 20 Jahren? Jetzt schau dich. Du sprichst diese Nachrichten auf deine Familie jetzt. Seine Erinnerungen werden und keine Ahnung wie sie reagieren. So? Sie könnten sie versuchen, zu töten. Wenn Lucretia ist, wenn sie die Need für sich zu retten, diese Schmerzen kann sich in ihrer Erinnerung wiederholen. Maligula wirklich könnte wiederkommen. Sie sind wieder einmal. Sie sind schuldig. Sie sind schuldig, Rasputin. Ich war jung. Ich habe ein grosses Fehler gemacht. Aber wir müssen das mit dem, nach dem, nachdem wir kontrollieren, diese unglaublich gefährlichen Situation. Also, sie nicht hier. Sie sind nicht. Sie sind noch in den Regen. Sie sind hier nicht. Sie ist wahrscheinlich wieder von der Schnee gegangen. Ich weiß, wo sie geht. Das geht nicht. Sie sind nicht mit dem Regen. Sie sind wieder hier in der Grund, im Herzen dieser Wurz. Sie sind ein energie in diesen Pferden. Sie sind die Zware clonesch squatten. durch psychische Geräte, Schrauben und Illusionen. Ich denke, Lucy versucht, nach Hause zu gehen. Er versucht, nach Hause zu gehen. Erinnere dich, verrückt später. Mission erst. Jetzt steig dich nahe. Ich zeige dir, wie es durchgeht. Ich hoffe, ich habe ihn nicht in den Wald verloren. Das war's. Wauw. Es ist wirklich alles noch hier. Die Gräte Niedel-Gulche. Es gibt so viel Geschichte hier. Ich meine, das ist dort, wo du die Team der Psychonauten hast. Das ist dort, wo du erst herausstattest, Psych-Tanium. Wo Otto eröffnet seinen ersten Psychoaktivisten. Wo Cassiopeia schreibt ihre Bücher. Wo Helmut Fulbeer eröffelt seine Psychotisie. Wo Bob Zanotto und Compton wurden die Kommunikation mit Plänen und Anmeln. Woops! Woars! Wo ist das? warte her weee woops oh Da ist sie doch. Ich denke, ich denke, ich habe den Zinnamen da oben. Oh, wir haben nicht viel Zeit. Aller memories kommen wieder. Was wird passieren? Listen, Raz. In diesem Kompon... Wir haben ein ziemlich weit entferntes Sachen hier. Ich habe über... Die kind of Sachen sie nicht schreiben über in realen, psychischen Geschichten. Wir haben uns alle versucht, um weiter zu gehen. Um unsere Bewusstsein zu öffnen. Um alle die Tür zu öffnen. Das macht uns nicht, psychisch. Aber wir waren in einem selben Ort hier. Wir hatten uns alle. Dann war ihre Zuhause attackiert. Sie versuchte nicht zu helfen. Ich habe sie nicht zu gehen. Es ist so vulnerable. War hat etwas in sie herausgebracht. Das ist so, was wir haben. Maligula. Nach dem Deluge. Ich bringe sie zurück hier. Und die Tür zu öffnen. Mit Maligula auf der anderen Seite. Wie? Mit dem Astrolathe. Ein kraftvolles Werkzeug. Wir entwickelten... Das ist nicht sicher. Jetzt wirst du nicht verstehen. Es war eine Zeit der Exploration. Aber du bist. Wir waren mit powers wir nicht verstehen. Und jetzt muss ich das messen. Aber ich bin nicht der Psychonaut. Ich bin nicht der Psychonaut. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich behalte mich auf sie. Ich bin gleich zurück, Nona. Weg von der River, Booty! Ich wusste, dass ich noch ein paar Jungen im Hintergrund habe. Ich wusste, dass ich noch ein paar Jungen im Hintergrund habe. Okay. Ich habe ein Psychonaut. Weeeee! Okay. Das sieht schon abgespaced aus, ja? Unglaublich. Das ist, wo die ersten Psychonauts haben. Und das muss die Astrolathe sein. Nö. 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 Ja, ich werde das Ding auf sparen. Okay, wenn du weißt, wie. Nö. Das sind dreckig und wütend. Oh. Nö. Nö. Okay. Ich brauche hier etwas Hilfe. Nö. 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 ok noch mal noch nicht ich weiß nicht wofür das ist das ist noch eine Karte hier ist ein Kissen das ist wo sie sitzen ok es wird draußen nach Hilfe umschauen schau an das ist das Hone? wie groß sind die Bien ist das der reale FIOMOBILE? wow das muss Helmet´s Theater ok ich höre schon Bienen da hinten irgendwie der Smoker ist Privatbesitz nicht für Eindringen den Smoker brauchen wir aber wir übernehmen keine Verantwortung für Tod durch Team es ist schmerzhaft ok warte mal kann ich das Ding vielleicht mit meinem hier mitnehmen ich frage ob ich da hoch muss zum Honighaus was ist falsch Bies? der Smoker wird in deinen Augen er ist sehr mutig wenn man sieht die gehen trotzdem mal da hoch ok ok das kann man also einfach das war nicht genau was wir machen sollen aber wir machen mal hier auch ich geh da mal rein ach guck mal kann man da hinhängen ok so schauen wir mal wer da drinnen uns helfen kann hallo? ah da ist ja die grüne Bienenhexe du! grüne Biedelwitz du existierst nicht du bist nur etwas was jemand in mein Geist das bedeutet da ist wahrscheinlich ein sehr kräftiges Psychiker näher eine andere Hallucination eine sehr sehr Hallucination oh man du bist du kannst du kannst eine schmerz oder etwas du bist du bist wie bist du hier und wo ist unsere Sicherheit? du bist du bist du kannst 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 ich ich sollte auch Cassie, shh, ich höre dich. Lass dich mal kurz an den Verstand reingehen? Wollt ihr mir vor, wenn ich einen Blick in deinem Gehirn schreibe? Oh, danke. Ich habe noch nicht einen Check-up gehabt, seit Ford weggegangen. Okay. Wäre auch sonst zu einfach gewesen. Schauen wir, was bei ihr im Kopf so abgeht. Hallo? Cassie? Bees? Cassie? Es ist okay, ich weiß, warum du hier bist. Jetzt, zu whom soll ich diese Inscription dedigen? Nicht so viele Leute finden ihre Weg in hier diese Zeit. Du musst eine gute Hände auf deinen Schultern. Definitiv ein großer Hände. Jetzt, imagine, was du tun, wenn du 100% von deinem Gehirn benutzt würdest. Actually, Cassie, ich brauche deine Hilfe mit etwas anderes. Wir sind auf eine Critical Mission, aber es gibt eine Wärme von B's, das macht es unmöglich. Stopp da, junger Mann! Nichts ist unmöglich. Wenn du 25 einfachen Schritte aus dem Buch bezeichnet in meinem Buch. Jetzt, dann, wir zeigen uns diese B's, was wir können, wenn wir unsere Minds zusammenbauen. Haha. Hier ist das Pesky-little-Volume. Danke, junger Mann. Ich habe mich für dieses Schreckliche Buch immer wiederholt. Warte, sie war mir helfen. Was? Das? Oh, ich will admit, der Autor war sehr hilfreich. Wenn wir die Geld haben, um das Land zu verlassen. Aber das war ein langes Mal. Aber wenn die Chips sind geschlossen, und wir brauchen zu kämpfen, um unsere Freunde zu schützen? Haha. Is there another Kassi book in there that could help me? They are all restricted. Hm. And again, maybe I could help you. If you were to help me, there are two other books missing from my collection. Dangerous books. Diese sind die Bücher, die uns in diese schrecklichen Situation gebracht haben. Diese sind die falschen Bücher, verstehst du? Räumt sie für mich. Geh sie aus der Klinik, sie sind übergebracht. Verstehst du? Dann, du helpst mir mit den Büchern? Ich helfe dir mit dem ganzen Alphabet, Sonny. Geht das schon mal auf? Das ist gut. Wir gehen erstmal hier hoch. Hier kann ich immer so ein bisschen was aufmachen anscheinend. Wir gucken gleich mal. Da ist noch etwas anderes in diesem Honigkram. Hey, kannst du mir helfen, diese Bücher zu finden? Ich bin ihr Lieblingsassistentin und der Besteassistentin und ich habe bereits geschaut, also gib es auf. Hey, du bist nicht ein Kind. Nein. Das sollte nicht zu lange dauern. Der schlechte Einfluss unterstützt negative Gedanken. Okay. Wenn es jetzt ist, wenn etwas falsch ist, dann lasst uns los. Das ist nicht falsch. Geräuslich? Nein. Das ist gut. Wir müssen kurz hier die... Wir müssen kurz hier die... ... 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 Okay. Man, man, man. Ah, okay. Ah, wow. Tür runter. Ja, das ist das erste Buch, glaube ich. Kann das sein? Warte mal. Ich erinnere mich nicht, wie ich in diesem Buch bin. Ach, Quatsch, ich kann hier laufen. Okay. Das ist ja auch echt eine witzige Idee hier. Muss man einfach sagen. Warte. Ich muss da oben längst wissen. Okay. 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 Cassie, du musst aufhören. Es gibt ein gigant... ...er... ...U... ...out da, schnauend für... ...U! Nehmen Sie sich nicht, junger Mann. Der Bibliothek kann nicht in hier kommen. Das ist deshalb, sie senden in ihre... ...operatives. Wer, ich? Ich bin kein Operative. Ich bin nur mit ihr mit ihr, bis ich die realen Cassie finde. Die realen Cassie? Sag mir, Kind, was ist dein Name? Rasputin. Und sag mir, wer ist die reale Rasputin? Die one you are mit deinen Freunden? Mit deinem Familie? Oder die one you save für dein... ...speciales jemanden? Hm? Ist das die realen Sie? Oder sind Sie eigentlich eine Kombination von all diesen ...different Identitäten? Important challenges in unsere Leben kann uns zu entwickeln ...entiret neue Identitäten für uns selbst. ...sometimes summoning ...powerful Archetypes ...from our Unconscious Mind. The Hero. The Explorer. The Shadow. My special talent ...allows me to summon up ...whatever Archetype I need ...to survive my current situation. Would you like me to teach you how? Klar. Focuse your mind's eye ...on a vision of the Archetype ...you need most right now. Oh, is it a trickster? A wise mentor? Or not? Try again. It doesn't always happen right now. Ghibi! Aha. Oh. Well, very good. Woohoo! You'll get better with practice. ...their Archetype ...their Archetype ...to what I've done ...at least sometimes. ...but you can also focus ...on a specific task. Hey! Not now. I'm working. I think if I use ...projection on this door ...my Archetype ...would go in there. Woohoo! Look at him go. So cute. That's me. That's the spirit. What a good boy. Cool. See where this little fellow takes you. I'll meet you at the end. And then I'll tell you my plan ...for the librarian. Here I go! Easy squeezy! Hey! What's that over there? Why do I have you all the hard work? Don't you just love books? That's just cool. Yeah, that's delicious. I got it! Nippo! Nippo! Das ist ziemlich lässig. Also wirklich. Auch wieder eine coole Sache. Oh! Okay. Oh, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Muss man kurz hier einen Zeitstopper haben. Ah, warte. Ah, warte. Ah! I can't do anything until I get rid of that Enabler. Ah! 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 God! indung Woh! Ah! 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 Oh Okay Man kann die Feinde ablenken mit meinem anderen Typen Das ist natürlich ganz cool Habe ich gerade noch gelesen Das werden wir vielleicht beim nächsten Mal machen Jetzt wollen wir uns nicht leben Okay, müssen wir einen Archetyp machen Wie, wie, woher raus hier? Was ist das? Noch ein Buch My camera is saying Error 2236114 Psychic Interference Guess I can't use it here Oh nein Ich wollte das Ding noch haben, na egal Okay 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 Oh 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 no Oh Ah komm, schauen wir nochmal Das ist nie passiert, okay Nein Nein, wir müssen ganz hinten anfangen Das ist ja verrückt Das ist ja Oh, das ist ja verrückt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh man kann es ja normal machen 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 Oh man kann es also Das ist die ganze Erfahrung Oh man kann es ja normal Lew Insurance Also kann es ja normalgewönt Oh, oh. Oh, oh. Da. Oh, oh. Was ist mein, da man hier? Oh. Rivalent, oder? Oh. So. Kacys Fluchtplan. Hm. Okay, sie ist rausgekommen, weil sie ein Buch geschrieben hat. Auch nicht verkehrt. Oh. Oh. Oh, es ist, es ist, du hast es geschafft! Es hat er geholfen! Dass sie so gut arbeiten, ich wirklich inspiriert mich. Und es hat mir eine Idee gemacht. Wir müssen alle von Kassys zusammenrechnen. Wir haben alle die Bücher weggebracht und sie den Bibliothek. Aber sie wird dich alle anziehen. Oh, keine Angst. Wir werden nicht in ihnen sein. Wir werden mit dir. Jetzt, geh nach den anderen. Hurry! Ah, die Teacher's Edition! Wir alle gelernt so much from this one. Aber... ...we kann't have her making up new identities and confusing things right when I'm getting everything sorted. Can we? No. We can't. Oh, Gott. He climbs to Jody Thunder. Just one more book to go. You're right on the edge of becoming my favorite assistant. Okay. Das schaffen wir wohl auch nicht mehr heute. Das ist ein bisschen viel, das Ganze. Aber, ähm... Die Bibliothek ist schon hart. Wir müssen sie noch zu Ende bringen. Ich dachte schon, wir wären fast beim Ende gewesen. Bei der letzten Folge schon. Aber naja. Gut. Ich freue mich drauf. Vielleicht ihr auch. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss! 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 ní